Machen wir keinen langen Schiss. Lichter an. Kameran. Und Schneckchen. Apfelsau. Wird das Beste, Mann. Ja, eigentlich holst du das Beste aus einem raus. Zumindest mal ist das bei mir so. Das kann gut sein, dass wenn ich mit dem Ding noch fertig bin, die Natur ruft. Oh, hat's Arschgebein. Mein Gott. Gibt's denn eigentlich auch die Böden? Uh. Ich dachte, wir müssen die Böden verlieren. Wenn mir einfällt, was wollte ich gucken. Ah, Kasa. So, oder? So, schnell. Hat ja grad schon wieder die Kartoffeln aufgelegt. Echt gut. Hallo, Kassel. Und schnell. Na, ich weiß schon, warum ich immer so viel zuerst in der Papierkrafe. Dankeschön. Ah, blö. Nö. So. Na du? Wie ist die Lage? Ja, ich komm gar nicht. Ich muss hier grad das äußerst attraktive Mäschi da. Äh, Mäschi da. Dankeschön. Ja, du musst noch kurz warten. Huffel. Ich kann's verstehen. Kartoffeln sind schon geil. Meine Frau macht alles welche mit, wo die Schal dranbleibt und das alles mit Gewürzen und sagt, okay, ich bin Knie. Ich kann's verstehen. Huffel. Hilft mal wieder. Und, sieh und, glaubst. Ah, die Gölschneider, wie ist die Lage? Ohohoho. Aber diese Kartoffelkinder. Die bestimmt immer noch zu groß. Wie im echten Löwe. Einfach zu blöd, dass sie genügt sein. Das ist ja. Das ist ein, was ich zugegeben. Das ist ja. 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 Mäuschen. Das ist das Thema Sexismus. Ah, da ist es ja. Na, Mäuschen? Ski. 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 noch einmal 11 bei dir ich bin schon da ich glaube die Kartoffeln sind echt gleich schon wieder aber wenn ich jetzt nicht sehen ist irgendwie schon leer die Bozarella das ist noch ein Stück da das ist sicher weil ich noch einfach ganz schön oh ja du bist übrigens auch zu groß irgendwas mit war doch noch kunde oder manchmal solche gelächtnis lücke in angst sobald ich noch was haben wir haben hat das klären der letzte job noch mal gut gemacht er ist schon gar nicht mehr deutlich wird es trotzdem mal kattoffel wort er ist das schöne und ich eigentlich zum esser oder spielst du dann in die hohe ich habe mir noch nicht kurz bei sind so viel raus gibt ich habe schon was ich wünsche mich eigentlich noch angestellter es kostet mich noch ein bisschen gut lass uns gucken wieder 64 kunden ist sehr schön produkte nicht gefunden 50,26 dollar läuft bei uns obwohl das müsste es gewesen sein ja so lassen wir uns mal schnell ums gar nichts links heran und für dich das doch mozarella oder so 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 das wird ganz viel körpervoll so das ist noch was ich kaufe so ein Ding und zwar in der Variante und kracht so 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 wenn die Kasmis doch groß sind was da zum Beispiel jawohl auf dass es gar keinen Stau gibt wo finde ich jetzt den Boden so 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 Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ich muss mal kurz gucken, Leute. Ich muss mal kurz gucken, Leute. Ich muss mal kurz gucken. Sieht so aus, gut, ist der Anfang. Das nervt. Was passiert, wenn ich den Langdruck drücke? Das ist ganz egal, ja, stimmt. So, okay, dann enden wir für heute. Würde ich mal so behaupte. Ihr wisst ja, würde ich mich sehr drüber freuen. Da kommt der Panischer, das ist ein bisschen nach. Kommentare, immer wieder gerne Kommentare hier oder auf discord.projekt-sensfrei.de. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, ihr kennt das Spiel, dann abonniert doch den Kanal, drückt auf die Glocke und bla bla bla. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Ciao. Ciao. Ciao.